Da haben wir auch wieder einiges. Deswegen, das Dach werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession machen. Da werde ich mir dann wieder aufmachen, wie das Dach aussah und werde dann wieder ein Däschchen danach bauen. Das ist nach der Vorlage. Haben wir da jetzt gerade eine schwarze Kuh? Ne, ist auch braune. Ja, cool, es gibt auch schwarze Kühe. Nicht nur braune und so weiß. Schwarze sind auch komplett schwarz. Nein, ich glaube nicht. Da ist der. Oh. Wir brauchen jetzt dann wieder eine neue Axt. Da ist der Baumstamm. Die werde ich jetzt als erstes holen. Eine neue Axt mal noch. Huch, die sind aber alle ziemlich eng miteinander. So, hau mal erstmal den hier weg. Da mittendrin war ein großer. Oh, 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 oh. Okay, gut, den kann ich noch weg haben. Der ist mir aber fast zu weit mit dem anderen Zahn gewachsen. So, mit dem hier. Eins, zwei. Eins, zwei. Genau, so. Dann, ähm, du bist der Falsche. Dann, dann, dann. Bist du der Richtige? Ne, du bist auch der Falsche. Das heißt, alle die falschen Typis. Da ist der richtige Typi. Ähm. Vielen Dank. Uh, der hat's bald. Das war auch bald so weit. Ähm. Dann hole ich mal schnell die Dinger hier. Weil, dann können wir vielleicht bald auch da einen neuen nehmen. Damit er hochlevelt. Das wäre natürlich Bombe. Die sind noch nicht so weit, damit ich da großartig farben kann. Ähm. Ich möchte nicht dich hochleveln, weil du bist jetzt eh schon der am höchsten. Genau, du bist der Meister schon. Du kannst nicht mehr leveln. Da vorne muss man einen haben zum leveln. Ich weiß nur, welcher das ist. Ob das der eine zum leveln ist oder der andere zum leveln. Also, der eine, der niedrige zum leveln. Äh, die muss ich ja so sagen. Oder der, also der ganz niedrige, der Lehrling noch. Oder ist es überhaupt Lehrling? Nehling. Aber ich habe keine Kartoffeln zum Handeln mit dir. Oder ob es schon der etwas weitere ist. den zugemacht. Weil der kann nicht uns. Die, äh. Gut, das ist weg. Das kann jetzt alles runterfallen dann. Der kann uns nicht die Karten, äh, die Karten, ja. Warte mal kurz. Ah, okay, gut. Der gibt eine Eisschwelle. Okay. Ah, genau. Zu dir wollte ich. Ah, okay. Genau. Weil der gibt uns nicht Kürbisse dann. Oder kauft uns Kürbisse ab. Ah, 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 ah. Du hast keinen Job, okay. Interessant. Wieso hast du keinen Job? Das ist so eine. Bin hier halt hier nur überlegen, was wir hier als reinbauen. Und da drüben. Soll ja auch irgendwie passend sein. Na gut. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal Glas produzieren für unsere Fenster-Scheiben. Zuvor laufen wir jetzt hier mal kurz durch und sammeln alles ein. Und unsere Häuschen werden wir dann auch mal noch neu machen. Uh, lebt der noch hier? Cool. Äh, der bietet auch nur Eisenangst. Gut, wir werden auf jeden Fall erstmal den einen uns in der Hinten hochfahren, auf Versuchung hochzufahren, äh, hochzuentwickeln. Farmen entwickeln, ja. Denk mal mit, Patrick. Denk mal mit. Jibetui. Jibetui. Äh. Doch, lassen wir mal sein. Äh, eins, zwei. Uh, das wird nicht ganz erinnern, aber egal. So, mal schauen, was wir da jetzt wieder unterkriegen. Wahrscheinlich nichts. Ähm. Gut, Weizen haben wir echt viel. So, die habe ich hier falsch pulsiert. So, dann haben wir hier wieder gut viel Brot. So, Brot haben wir jetzt dann bald echt genug. Ähm, Äpfel haben wir hier noch ein bisschen was. Zucker haben wir hier noch mit rein. Das rohe Fleisch braten wir auch mal ab. 28. 8. 12. Äh. 8. 16. 16. 24. Gut, ja, lassen wir mal so. Ah, da haben wir noch fünf Stück oben. Ähm. Mhm. Wie viele haben wir da kommt? 16. 24. Und da unten haben wir 13 gehabt. Halt, dann machen wir hier so. Wenn die drei dann durch sind, hauen wir da noch Fleisch mit rein. Oder 13 haben wir gerade gehabt. Genau, 13 haben wir gehabt. Ach, 16 können wir machen, also kann ich die drei Fleisch hier noch mit reinhauen. Oh, äh, 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 falsch. Ach, da kann ich hier an der Seite, riesige Steinziege, Storzi, ach, da kann ich einen riesigen Steinziege machen. Oh, das wäre cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Soll ich noch gar nicht, kurz? Getrocknete Seetam. Kann ich denn essen? Gute Frage. Eisenklumpen. Ach, also eine Eisenschaufel aus dem Hack. Okay. Stege, das ist klar. Holzkohle müssen wir, Stein müssen wir. Weißklassierte Keramik aus, weiße Keramik, okay. Glatter Stein, Glas, Ortenkartoffeln, Ziegel, okay gut, das ist mal alles. Das ist immer cool. Soll ich noch irgendwas mit dem Rezepte-Dings daneben dran? So, dann hauen wir hier mal unsere Stegs noch ein. Da kommt das Eis noch mit hin. Oh ja, wir haben ein paar Eis im Blick, haben wir schon. Saunen habe ich auch genug für oben dann. Habe ich von denen eigentlich schon was? Ah doch, da unten haben wir ein paar. Da haben wir noch Glas. Da habe ich das noch. Ja, nein, nur das ist uninteressant. Die machen wir jetzt mal voll. Aus dem machen wir noch Zucker. Bam. Zucker kommt da mal dran. Machen wir das zum Mischee schon mal weg. Glowstone, Holzkohle, Schwarzpulver, Schwarzteppich. Zeppich, mein Handy hat vibriert. Was wichtiges? Nein, nein. Nee, nichts Wichtiges. Ähm. Ja gut. Eigentlich nichts Wichtiges da drin. Wir wollten Klarschein machen. Oh, exakt 64. Sehr gut. Gut, dann gehen wir jetzt mal hinüber zum Glasschein verlegen. Wir könnten jetzt auch mal wieder warten, bis wir die Glasschein verlegen. Und erst mal unser Bettchen mal wieder belegen. Sag mal so. Sag mal jetzt, da haben wir Ausschläge und haben mal drin geschlafen. Wir waren ja mal unterwegs und haben irgendwo dann in unserem Reisebett sozusagen übernachtet. Gepauft. So, genau. Dann würde ich sagen, wir machen mit das mal schnell. Oh, das sieht auch gut aus. So, das farbige Glas sieht auch nicht schlecht aus dann. Muss man schon sagen. Also langsam gröne ich mich an das Texture Pack. Aber auch nur, weil das andere nicht mehr verfügbar war. So gesagt, so gesehen wird es auch so. Ähm, hier kommt das Fleisch wieder hin. Ja, stehen mir nicht zu uns Ohr. Ähm, ich wollte da noch Papier draus machen. Genau. So. Bettchen. Hallo. Schlafen. Wir könnten jetzt auch gleich... Ich glaube...